Hi, heute haben wir etwas Besonderes für euch. Denn vom 18. bis zum 26. Januar 2025 öffnet die Caravan Motor Touristik, kurz CMT, in Stuttgart wieder ihre Pforten. Dieser größten Publikumsmesse weltweit für Caravan und Freizeit, Touristik. Seht ihr unter anderem wieder Freizeitfahrzeuge, Zubehör, aber natürlich auch Anbieter aus eben den Bereichen Freizeit und Touristik. Von Reiseanbietern für Flugreisen, Kreuzfahrten, Safaris bis hin zu Stellplätzen, die sich vorstellen und Regionen. Ihr könnt dort unter anderem auch mal das ein oder andere Weingut treffen und mal dort die Weine probieren. Es gibt kulinarische Überraschungen auf der CMT, aber auch ein großes Rahmenprogramm mit Vorführungen und Multimedia-Vorstellungen. Ja, und dann gibt es auch immer noch das Partnerland von der CMT. Jedes Jahr ein neues Land. Letztes Jahr war es sehr interessant, die Mongolei. Mal gucken, wer dieses Jahr kommt. Und die CMT hat uns für euch zweimal zwei Freikarten zur Verfügung gestellt, die wir unter euch verlosen können. Um teilzunehmen, schreibt einfach unten in den Kommentar, warum ihr gerne auf die CMT fahren möchtet, was ihr euch dort vorrangig anschauen wollt. Sind es Freizeitfahrzeuge, ist es der Bereich Touristik, sucht ihr eine spezielle Reise oder einfach nur Ideen, Anregungen für eure nächsten Urlaube? Schreibt es unten rein und ihr nehmt automatisch teil. Das könnt ihr machen bis einschließlich 20. November. Dann endet die Teilnahmefrist und danach losen wir die Gewinner aus. Die, die gewonnen haben, die benachrichtigen wir über den Messenger, wenn ihr über Instagram oder Facebook teilgenommen habt. Und wer über YouTube teilgenommen hat, der findet das dann als Antwort unter seinem Kommentar. Ja, uns bleibt am Ende jetzt nur noch euch die Daumen zu drücken, euch viel Glück zu wünschen und vielleicht sehen wir uns ja auf der CMT. Wir sagen viel Glück noch mal und macht's gut. Bis dann. Ciao.